Das ist für allgemeine Information. Ja, der ist unter AfD natürlich. Natürlich. Ich auch. Und die nicht. Die schmeißen hier mit Schimpfwörtern um sich. Nennen uns Faschisten. Gerade die müssen reden. Ich komme aus einem faschistischen Land. Nämlich der Regierte Union. Das ist ein Sozialismus. Dann würde ich mir wünschen, dass Sie da wieder hingehen. Sehen Sie. Und wie finden Sie das so? Im sozialistischen Staat? Was ist denn an Putin? Ist weder Faschist noch Sozialist? Ich rede nicht von Putin. Ich rede von Sowjetunion. Finden Sie es schön? Gibt es die noch? Also, dann können Sie da nicht herkommen. Und das fordern Sie. Wie alt sind Sie denn eigentlich? Ich? Ja. Wann sind Sie denn ausgewandert dort? Wir sind 1988 gekommen. Tja. Da war es doch schon vorbei. Da war es vorbei. Meine Eltern wissen es. Sie haben deutsche Wurzeln irgendwie, oder? Es finde ich schön, dass Sie wenigstens ein bisschen Deutsch kriegen. Schön, ne? Ja. Ich habe Russlanddeutsche getroffen. Da ist es nach 20 Jahren. Das gibt es doch nicht. Aber auf deutsches Recht kochen. Das ist, das ist, das ist, das ist, ja. Hier sind die richtigen Nazis. Das sind die richtigen. Wahnsinn. Der Typ, der Typ sagt, ich soll raus aus Deutschland gehen. Und ist gegen die AfD. Geh raus aus Deutschland. Ja. Ich soll aus Deutschland raus, ja? Ja. Soll ich aus Deutschland gehen? Hör auf Deutschland. Hör auf Deutschland. Hör auf, sonst verliert der Handy. Hallo. Ich verliere das Handy. Droht hier jemand? Ja. Geh weg. Geh weg. Geh weg einfach. Schickst du die Bilder deinen Nazi-Freunden? Ja, ja. Ja?